da wo changos und herzlich willkommen zur zweiten folge lol wieder mit dem forschter wieder nasus ich und er annie hallo forschter ja hallo bickel gleich mal eine kurze vorweg ankündigung war ein bisschen gefällt wie ihr vielleicht seht bei der ersten aufnahme weil ich schlauer typ bandycam oder bandycam wie auch immer man das ausspricht falsch beendet habe und deswegen noch genau zwölf minuten meiner aufnahme erhalten sind wer das scheiße findet der kann ja bei mr manelaus auf seinem kanal noch den rest angucken ich weiß der ist zwar viel schlechter als ich und aus meiner sicht sieht das natürlich viel besser aus aber man müsste halt mal rücksicht nehmen dieses mal hoffe dass es funktionieren würde also an alle die sich jetzt hier ein bisschen auflegen jetzt geht es jetzt geht es hier gleich direkt los und ich habe 15 fps cool das 60 jetzt geht schon hoch 46 44 42 pendelt sich gerade ein bisschen so bei 40 jetzt bei 30 geiler shit ich habe mir schon hoffnungen gemacht doch es geht schon irgendwie aber nicht so hundertprozentig ich kann es einfach mal die einstellungen stellen und da weiß ich von hat bei mir in der bot geben hat bei mir auf auf sehr hoch 60 funktioniert und ist vielleicht andere map also ich habe es halt so ich habe diesen diesen da ist ja diese komische regler tag ja den habe ich halt in der mitte also bei mittel dann geht es mit 60 fps schön smoothie aber ich müsste ein kasten lehrgut auf meinem schreibtisch stehen die guten alten gamer hier im top ein robot ja im top hier ganz ehrlich hört sie doch schon mal nach einem gut englisch geskillten menschen an deine mutter weiß was ich mal ziemlich gut er tut wenigstens das was was sagt er ist schon mal gar nicht schlecht wir gehen chintzau 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 boah ne das sieht voll jetzt hier aus wie ich so weiter unterregel das ist bei mir hier am anfang oder dass ich das jetzt hier ein paar mal umstelle aber das kotzt mich gerade ein bisschen anders bei meinem mr mario laos kollegen hier das immer mit 60 fps funktioniert und hier bei mir obwohl ich den wahrscheinlich sogar besseren pc habe du hast viel besseren pc weil deine my grafik karte 100 euro kostet hat und deine 200 300 ja auf jeden fall ja mein gott dann nehmen wir halt jetzt nur mit 30 fps auf ich werde auch in zukunft auf jeden fall gucken dass ich das problem irgendwie in griff krieg weil das kann ja nicht sein und das lieber mal los ist gut dass auf jeden fall schon mal besser los geht wie letztes mal sprich was zum beispiel bei mir drei leute stehen er lässt mich fahren und ich kann stacken wirklich ich bin jetzt so ich bin grad weißt du ich hingerannt bin wo denn auf bot kommt davon wenn man zehn spiele support spielt da war ich grad irgendwie schon so und dachte mir so hä warum stehen die denn bei mir unten erstmal bullshit so klick klick das kann ich verkackt sein ja also ich werde diese runde hier verkacken wahrscheinlich ging nämlich schon mal richtig scheiße los dass wir auf die falsche lane laufen das ist gut ganz gut so ich hoffe dass uns dieser richtig geile jungler mal noch hilft richtig geile richtig geile wie heißt der wirsten der schuld schuld schuldmuffix oder so man weiß es nicht keine namen ist zum jim 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 jute rubs jim ja ja wir flame er der flamier genau wir machen hier ein bisschen pietz mit nach das heißt aber nicht dass wir die mögen ja doch ein schuldmutter ich habe dieses zitat gebracht aber das reicht recht schon ja die wir machen jetzt ein bisschen viel geiler als die wissen viel geiler als alle letzteälle in deutschland ja deswegen guckt der uns ja auch, ich mein, wer ist so dumm, wie Spaß, ähm, aber, man muss immer positiv sein, ähm, und, ich verkacke jetzt hier in der Mitte, gegen das hässlichste Fotzenkind in ganz League of Legends, ganz ehrlich, immer wenn ich aufnehme, Leute, ganz ehrlich, immer, immer wenn ich nicht aufnehme, krieg ich Gegner, mit denen ich leben kann, und jetzt, sobald ich aufnehme, krieg ich so eine Gegnerin wie Akali auf Mitte, Oh fuck, der Flasht hinterher, ich bin tot, nein, lassen wir doch mal in Ruhe, ja, hat er funktioniert, oder, hat er alles funktioniert, alles perfekt geteilt, Pickel, ähm, neue Stufe, haben wir alles, ich hab jetzt kein Leben, ich hab am Anfang leider ein bisschen geschlafen, hab ich ja gesagt, ähm, deswegen muss ich jetzt noch ein bisschen, ich erstmal wieder reinleben, das Gute ist, dass die Akali nicht so aggressive spielt, wie ich das vermutet hätte, jetzt am Anfang, ähm, weswegen ich sogar noch leichte Chancen hab, das verlorene Level wieder aufzuholen, und, dann guck mal einfach mal, was sie machen lässt, ne, also ich will ja, ich will ja jetzt hier nichts sagen, aber, ich habe ein gutes, gutes Urin-Gefühl, fix, ähm, ja, also hier und ja, genau, wollte ich auch gerade sagen, ähm, ja, was macht denn eigentlich, ja, und so, äh, es kann unter Umständen sein, dass ich ziemlich zum Schreien anfange, obwohl meine Stimme eigentlich voll im Arsch ist, ja, das ist das LOL, da kann, äh, muss man schreien, also wenn man in LOL nicht schreien, dann ist irgendwo falsch gelaufen, ah, komm, ja, am Arsch, weißt du, ganz ehrlich, Alter, oh, alter, ich hab so keinen Bock mehr auf die Gammelfotze, ähm, ja, geil, guck mal, der Chancla hilft mir doch, ja, so ein geiler Typ, ja, ganz ehrlich, also, da hat's doch voll drauf, der Typ, ah, schon mal der erste, der nicht geportet wird am Ende, Hammer, jetzt markiert er die, ja, Hammer, die läuft jetzt nicht, ja, die Flash weg, ja, ja, der wird sich zwar schlecht ganz schön in den Arsch beißen, der Chancla, ja, aber, das ist mir scheißegal, weil, ich hab nichts falsch gemacht, also normalerweise, also doch, meiner Ansicht, hab ich jetzt mal kein Bursche gebaut zur Abwechslung, ähm, ja, guck mal, der ist ja wieder, mit Sinsaru, hör sich ein Stück Kackhaufen, kannst du mal wieder zurückkommen, okay, wir die mal so ein bisschen, gucken, wir machen mal ein bisschen künstlerisches Talent hoch, hieven, Moment, ich weiß nicht, vielleicht kann mir der, kann mir unser Jungler durch geistige Einfügung sagen, was mir, was die Xin Zhao Ulti so macht, naja, die macht Aua, so viel kann ich dir sagen, okay, was da so passiert, ich hab auch mal zu den Xau gespielt, aber ich hab vergessen, was ihr macht, ganz ohne Scheiß, ey, damit schon die haut mich weg, okay, danke, ist gut, dass das mit unserer Gedanken, Übertragung so geil funktioniert, ne, Ja, ne, das war jetzt wirklich jetzt, wir haben hier der Bickel, das ist, äh, verborgenes Talent, der macht nächstes Jahr, macht er bei, äh, der Next Supertalente, wie heißt der Scheiß bei Dieter Bohlen, ähm, Next Udi Keller, äh, ne, nicht Next Udi Keller, sondern, äh, wie heißt der andere Scheiß, äh, Deutschland sucht das Supertalent, Superstar, irgendwas, Deutschland sucht das Supertalent, ja, ja, irgendwie so, irgendwas mit Dieter Bohlen, wieso kann man nicht sein und nicht einfach Dieter Bohlen, ich mein, was anders passiert ja da nicht, ein Typ, der da ranhockt, sich auf seine 40 Trilliarden verkauften Platten draufhockt, und immer sagt, äh, ich bin Dieter Bohlen und ich stehe auf Titten und, äh, ich hab deine Mutter gefickt und, äh, und nice, Kirstie. Ja, also, ey, Freunde, das hast du richtig gut. Oh, der Schaffende auch, aber sowas von. Ey, also, ich muss jetzt sagen, das wird ja total schwachsinn. Also, ich bin ja der Guido, ich mach ja immer meine Schaffende Queen, also, ich finde, du hast das auch super gemacht. Ja, hallo, ich bin Lina, mein Freund heißt Sammy und schaut scheiße aus und kann nicht Fußball spielen. Du hast das wirklich toll gemacht. Ja, ne, ich bin ein Schatidder und ich finde, du bist Kacke. Aber, ey, ich würde nur die Titten hier noch ein bisschen größer machen, ne, das ist dann, äh, hätte doch auch Potenzial hier, aber, das ist so gedacht, natürlich, nicht so in Ordnung, wa? Da muss man, muss man, also, wer, Leute, ganz ehrlich, Ich will jetzt niemanden beleidigen, aber wer sich solche Sachen wie das Supertalent anguckt, bitte geht vor meinem Kanal. Ich weiß nicht, das ist irgendwie, wenn ich das Supertalent angucke, dann fühle ich mich, als würde ich, äh, einen Haufen von Leuten anschauen, die einen IQ unter meinem haben und das musst du erst mal fertig bringen. Ahem, so. bod, please stop feeling. Please stop feeling, ja, Hammer, du bist 3-5. Ähm, bod, please stop feeling. Was haben denn unsere ADCs? so wir spielen da unten wir haben doppel adc wir haben war das und wieso dort ist doch am umu lass mich doch ja wo ist doch das ist doch der gegner ja ja genau erst mal wieder aber wo du akali fotze gehst mir langsam so auf den sack ganz ehrlich ich komm heim und fick dein opa ja hoffen wir es mal sollte das ist ein ulti schnell verbraten alter kacke unser jungler leistet ja wir haben nichts hier kommt doch mal hier macht die fotze hier habe keinen bock auf die feuer ich bin ein kleines süßes mädchen mit einem teddy bär er sich in ein fucking monster die wir verbandelt er ich bin so fucking deine mutter ich gebe dir so ich schenke dir so einer ich schenke dir so in deinen arsch aber hau ich dich so weg alle ich bin so gleich so tot alter alter jungler du bist es komm her komm her komm her jetzt schaust das da bleibsch aber ja wohl nice one vielleicht kann unser jungler über gedanken übertragung jetzt hören dass er richtig gerne schnittchen ist was ich jetzt sagen leute das läuft bis jetzt ziemlich gut als ich muss sagen also die ersten aufnahme mal surrender 20 gelegt damit schon zehn minuten geschafft und ich bin immer noch nicht gestorben das muss mir erst mal danach ja du bist ja auch scheiße halt aufs maul war ähm es ist zeit für mich zu gehen es ist zeit für uns zu gehen wenn es am schönsten ist oder wie geht es keine ahnung es ist unheilig hallo wie kann man denn unheilig die die texte nicht auswendig können halb unheilig der größte scheiße sterb der welt ja es ist die band hat sie aufgelöst da da muss jetzt nicht noch in die kerbe schlagen ich meine alle fans trauern hallo wirklich du darfst nicht immer so gemein ich bin froh ja nur weil er halt ziemlich scheiße ist und die es die sich gleich angehört hat dass ich meinst du überlegen ja so was hat man zum eurovision song contest geschickt ich hätte so was qualitätsvolles wie labraspanda ja ganz ehrlich soll das denn 0 punkte von der jury was mich halt am meisten angekotzt hat war das au 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 die komische ella isl da genau und zum beispiel nicht so qualitäts bands wie also ich hätte so gern santiano da gehabt jetzt mal leute ganz ohne scheiß santiano genau die hätten vor allem auch mehr gerissen ja aber das ist ja gar nicht mal das schlimme was ich so scheiße fand war dass dieses dass wir so 08 15 radio gute laune hit war was wieder eingeschickt haben und er ganz ehrlich mit santiano zum beispiel die hätten da was vor gefielt aber die griechen wirklich hat sich er für die griechen haben vor was vor zwei jahren ein ein lied eingeregt das heißt alkohol ist für die es noch ändern es ging irgendwie so alkohol alkohol ist und dann sind sie auf den platz gekommen das lied war derbst scheiße und fucking einfach nur das einfach nur so hingerotzte scheiße und die wurde auf dem fünften platz geht weil es einfach mal was anderes war und deutschland kommt jedes jahr mit mit lena meyer landhut ich meine das ist die meiner meinung nach wobei die auch nicht schlecht war die war nicht schlecht aber das ganz echte wirklich die ist nur die ist nur sieger geworden vom eurovision weil deutschland schon seit jahren nicht mehr war und dies auch mal wieder werden mussten aber ganz echte war so also ich fand das lied satellite war sowas von 08 15 lied genau das hört sich schon besser wie du das denkst dass wir dieses singt und am allerbehindertsten fand ich immer noch das zweite die hat wirklich gedacht sie kann mit taken by a stranger die sind das schlimmste lied von dem ganzen alter das war das album bei einfach mal das klick nicht anhören das war das kannst du dir nicht geben ganz ehrlich das ist so ein rotz gewesen das lied ja wohl dass ich das die schüler gleich sagt hat ne bosch gar nicht anfangen auf der bühne da oben kannst gleich wieder heim gehen aber warum habe ich jetzt eigentlich hier noch ein spieler aufbaut und warum kommt jetzt noch einer haben wir da ist du du ein wieder abmisch da wieder ja gell stepp an hat das voll hammer ist ich bin hier unten und baue hilfe weil hier drei leute sind die auf meinen tower hauen finde ich finde ich gar nicht mal so geil muss ich jetzt ehrlich gestehen habe schon mal ein paar bessere sachen gemacht ja hammer nice du ja das die idee jawohl nice flair hammer doch ja jetzt habe ich halt das kleine problem dass ich hier niemanden wirklich angreifen kann ich doch einfach wirklich wer jetzt nicht sagen aber du hast nicht so viel bock jetzt da runter zu kommen jetzt nicht zwingend jawohl da habe ich noch zwei mitgenommen ok das so funktioniert ja es haben wir noch zwei da ja stimmt ich bin über profi aber leute das zweite folgen schon mal eine positive kd das ist ja schon atemberaubend ja guck und der eine räumt gleich auf jawohl ja hatte dem habe ich gegeben haben wir den ich habe den turm gegeben die können nix nix können die gegen uns die ficken wir so in arsch so klick mal das zweite item hier gekauft habe ich glaube wie läuft es bei dir so armen läuft sogar kd ist mäßig mäßig also ich habe vier ks gemacht du guck mich an ich habe zweimal die ja zweimal die akali getötet und jetzt gerade eben beim tower noch den den armen und nun mal so weiter weil einer vier ks also 44 ks was mich ein bisschen beunruhigt gerade an dem spiel ist dass hier keine sau ok wieso sein dass keine ist ja das da eigentlich jetzt gar keiner war jetzt sind sie wieder da was ich halt auch wird am allerwitzig finde ist dass der typ also unser war es von der bot lane sich gedacht hat ach ich habe irgendwie kein bock mehr auf bot lane ich komme jetzt hoch und stelle mich in die mit lane und nerf da und jetzt sind wir zu dritt also zu dritt auf mit land aber wollt ihr mich eigentlich verarschen und dieser hässliche twitch da unten er kriegt auch gar nichts geschissen weil er kann nicht mal seine lane pushen hier oben sind alle und der typ ist einfach nur zu inkompetent für alles und jetzt geht sie zu dir hoch pickel ist ja alle zu dir hoch also ich an der stelle würde jetzt weit weit ich gehe laufen ich habe keine lust mehr jetzt schon schauge weg ich gehe jetzt ich würde echt aufpassen begeben wir sind gleich da ja kommen sie schon ja das bitte ich habe sie ich habe ich habe sie nur gesagt ich bin da reingestanden und war nicht gerade am weg ja ich weiß schon aber die haben das schon ein bisschen gewusst ach twitch wenn du das jetzt verkackst dann haue ich dir aufs maul ich glaube ich gehe denen mal helfen ich glaube der twitch kriegt das nicht gestocht der twitch all der twitch hat sich trotzdem mit lowlife hat tatsächlich noch ach twitch weil die akadie lowerlife war was ganz ehrlich die die verrecken hier alle mit einer kuh halb killt wenn wir haben hier ein kleines problem aber nur so kleines also könnte könnte es schlimmer sein nein es könnte könnte es schlimmer sein es ist schon kacke wie noch eins aber es tut mir leid ich muss jetzt ein bisschen so in das nasus klischee verfallen und einfach farmen wie blöder ihr macht das ich spiele total gegen die meter die laufen hier rum verstehst einfach wie es ihnen gerade in den kram passt einfach mal so auch jetzt habe ich bock mal hier auf mit guck mal jetzt kommt ein sauer hier auf mit runter weiß ich denke ach fuck it habe ich keinen bock mehr ja hammer nice du ich kann auch flashen sind sauer da bist du nicht der einzige ich ficke euch alle ich fick euch so ein arsch geht wenn sie so auf die eier ja hammer nice er kommt doch wieder zu dritt hier her ihr nutten ja ganz ehrlich unser junger da kannst du jetzt auch nicht viel machen ja am arsch ja genau ja himmel und arsch was kommt denn er jetzt was kommt denn er jetzt zu mir ich kann jetzt da gar nicht brauchen wenn man fahren selber haben auf faktischen tor im ernst aber bei zum nein wir bräuchten dich jetzt hier mal bitte ganz ehrlich auch wenn du da oben pusht aber naja so oder aller frischeste sind wir nicht mehr auch also muss sagen die gegner sind nicht wirklich gut also ich habe schon mal gegen bessere gespielt ich meine ich bin hier auf mit mit annie und habe 4 1 das habe ich schon zur ewigkeit nicht mehr gehabt und das will was heißen aber wenn die mich das so weit kommen lassen dass ich 4 1 mit annie habe dann sind sie aber echt selber schuld naja super twitch sehr gut gemacht jungler warte jungler warte jungler warte jungler warte ich weiß nicht ich weiß nicht was der mit seinem namen andeuten der jungler von also unser jungler wickel was will mit seinem namen andeuten ist er ist er im juli geboren oder was und was soll dieses maffix heißt das irgendwie was mit maffin ja hammer hammer wickel habe gehört es läuft richtig dick bei euch jedes war ich habe das ist nur der waders und amumu die hätte ich gemacht aber dass der chinchau da ums eckle boge ist dann habe ich irgendwie ja wo geht denn unser jungler jetzt schon wieder hin da habe ich den hals langsam vor allem wo sind jetzt die alkali die alkali die schon sehr du ganz ehrlich ich bin ja jetzt einfach immer noch alkali ok alkali aber das heißt sie einfach nicht mehr ist das ein kleines hässliches mädchen ja ok alkali ist halt ein kleines hässliches mädchen ohne talent im fernsehen und die tötet einfach menschen aber also unser jungler könnte ja kakai weiß das war so klar du hässlicher ich darf uns ein jungler nicht vielleicht dafür dass der gegnerische eigentlich mit vier kiss ziemlich gefiedert ist ich habe jetzt gerade unserem jungler den arsch gerettet weil ich meine ulti dafür verbraucht habe ich hoffe er bedankt sich danach im spiel mal im chat oder so ja guck mal da schreibt ja wir sind ein bisschen hinten das können wir aber aus bügeln ja wir ist also top ist durch ja top ist durch liegt eigentlich nur an meinen nasus pro haftig auf jeden fall wissen wenn ich danach ist ja mir wirklich auch noch was lassen können von dem sind sauer hässlichen kackhaufen das war ja das war ja der amumu wirklich wenn du jetzt hier noch ein bisschen hält dann kann ich in einer näher kommt die alkali wieder jetzt lässt mich hier nicht weg ich kill die und bis ich dann woanders bin dass du wieder da jetzt kämpft mir ich bin sicher immer sehr ja am arsch ja hilfe jetzt sagen der macht die wenigstens jawohl ja nö am arsch die hat noch am arsch 85 hp die hat noch einen arsch jawohl geile ist nasus hat ja auch so einen heftigen lebensraub gell ich war fast tot wo ich den killed habe inzwischen bin ich wieder full live ja nasus lebt praktisch durch seinen lebensraub und durch seine fucking stacks die er irgendwann mal hat er ist halt einfach ist eigentlich jetzt ein wolf oder ein schakal ich glaube er ist ein schakal oder das ist ein wolf nee das ist so wüssten schakal born to be wild alter im on my way mit meinem teddy bear des todes weiß ich was gar nicht anders beschreibe ich meine es ist ein fucking teddy bear des todes es ist der teddy bear of fucking doomness aber auf fucking doom ist nicht auf normales müssen auf fucking oh gott ja im im detlef ich bin ich bin wirklich zu lahm arschig geile ist jetzt ich bin jetzt theoretisch so gefarmt dass ich den zweikampf mit chinsaou locker aufnehmen kann ja im art außer er macht einen crit und überlebt mit 400 hp die ich ihm mit einer kuh abgezogen hätte wenn er überlebt hätte blöde wichser das war es gerne mal voll passend ja im endeffekt kann ich jetzt schon ein bisschen sauer aufnehmen also dem hat er den ersten hit gemacht gell ich wäre noch nicht auf ihn draufgegangen aber er hat dann gemeint er muss jetzt auf mich draufgehen das problem ist in zehn sekunden lebe ich wieder bis dahin schafft er meinen turm wieder nicht weißt ich bin bei ihm durch und mein erster turm steht noch ja läuft doch läuft nicht läuft schon ein bisschen ja ich habe heute wieder 1 was ich auch gerade findest dass der fis irgendwie immer den jungle leer träumt das heißt dass unser jungler hier nicht wirklich was tun kann wenn er gesetzte ich habe gerade der gegnerische channel bisle als im gegnerischen channel bisle gefahren weil die sind ja nur zu viert der dn ihre xai ist ja hfk oder so hey lol was bin ich da gefunden habe da dafür dass die nur zu 14 weg als ich da gefunden habe schau doch mal ne sind sau weiß ich wie ich gekillt habe den selbigen und jetzt hau ich mal mit meinem schönen tippers hier den dragon kaputt ja du süße maus ja die akali kann eigentlich gar nichts die habe ich jetzt nicht so wirklich gefiltert oder sowas jawoll flash doch weg komm erst mal einen großen versallen worden hinten mit der kuh äh hallo wo wollt ihr denn her hey äh schön dass ihr mir herhilft und so weiter also mit unserem jungler komme ich richtig gut klar der hilft mir nämlich immer das ist wie jetzt würden wir uns blind verstehen da zieht mir die blöde fotze einfach ulti ja wo ist der denn jetzt weißt du tritt schon wieder ja wird schon noch ich hab hier grad richtig richtig laune auf töten ja im arsch fuck dumme scheißwichse ganz ehrlich aber wenn es schon los geht dass ich so gefürchtet bin dass drei auf mich drauf geht ja klar das liegt daran ja die akali alleine wenn die weg ist scheiße ja wunderbar leute es wuuu und er drückt schon erst auf den inhibitor ja geile der drückt gleich nirgends mehr hin ja dann holt ihr den aber auch ja der läuft jetzt weg da ja ja genau da ist Amumu guck mal da kommen sie wieder die sind mutig ja pass aber auf den einen auf der ist ein bisschen gefiedert der war das der ist klein aber gefiedert was so geil ist die akali hat zehn kills woher mich hat die nicht gekillt was habt ihr mit der gemacht ganz ehrlich die ist doch total scheiße eigentlich wickel wickel du hässliche geh doch weg wickel geh doch aus wickel geh raus ja wunderbar ja genau ja leute wie ihr seht bei uns läufts grad richtig dicke da haben wir ganz richtig gefällt auf bot hauptsächlich ist natürlich der wickel schuld also das ist ja voll verschissen jawohl und noch ist ja hammer ja jetzt geht es richtig los jetzt geht's los so so einen hässliche so eine pimmelfotzen er geht auch nicht wieder allein rein okay das ist noch ein anderer du bist ein fetter sandwolf du musst den kriegen das ist das problem mir die 860 schaden die ich mit meiner kuh machen halt ja ich glaube wir verkacken das match noch wenn es so weitergeht wenn ihr zwei gefilterte spieler und bei uns bin ich der gefilterste wirklich ich bin unser bester spieler das wollen wir nicht erzählen oder doch wollen das spricht nicht für das team war nicht mal ansatzweise das spricht nicht mehr dafür dass wir überhaupt eine chance haben in dem spiel es war er weiß ich haben drei kompetente spieler hat schangler und wir zwei also du dich aber ich ansonsten die alle richtig kacke dass die anderen beiden jawohl der top tower fehlt es gar der einzige vorteil wir haben ist dass wir alle tower weggedrückt haben bis auf den dort noch bot beteiligt den jetzt mein top ja was machen wir base race ja auf jeden fall ja ist ja klar ne ja schaffst du das bitte ja weil der mir keinen schaden macht ja wie schon gesagt kaum schaden und kein problem nebenbei also da hat er eine richtig spaß am spiel ja du kein problem hier ich wäre sehr verbunden wir sind einfach machen wir nicht ja deswegen ja deswegen machen wir den jetzt nicht ja der holt sich die jetzt ich hab dir mit mit der kuh zwei leben abzogen also wenn es gut läuft herr bickel dann komme ich jetzt hier noch weg ja ich komme noch weg ach schon scheiß war das ein ks ich sollte vielleicht mal den chat lesen ähm so jetzt haben wir hier leider das kleine problem dass unser inhibitor hier drüben zum beispiel mal ungeschützt ist aber anscheinend gehen die da nicht hin dann kommen wir preschen da jetzt schnell raus und hauen die weg ok ich komme von oben wie gehen willst du die hoch? frag mich bitte nicht warum mal schau dir doch diese scheiße schon wieder an da 30 kp hat die noch los minions jetzt habe ich mal aufgeräumt hier oben scheiße hier mir nicht wie macht das spiel hier irgendwie richtig spaß gerade ich weiß noch nicht mir nicht ah ich kann kaum ich meine 1 9 kann man schon mal machen blöd läuft steckt mir mein vater jetzt ins internet aus wie ich das rumschrei ja das wäre doch ne sache wer fällt gerade auf dass es die gegner im dreck sei im team haben oh geil der spielt mit den will ich den mach ich one hit ah ne nicht einmal aber das habe ich schon mal gemacht mit einer äh wir haben hier gerade ein problem ja ich komme ja schon ihr stellt dich doch wenigstens in richtung des turms obacht du musst die immer dann stun wenn die genau am tower stehen dann kriegen sie vom tower noch so richtig dick einen mit da war so ne sona die war ewig afk ja und da kam sie auf einmal so in also ich mit zu level 15 sie mit level 5 kam so auf top und dann mit q one hit ja das hört sich doch gut an alter ganz ehrlich weil du mich jetzt schon wieder gehatzt gehatzt ähm ja wenn ich das hat sie über die erst weißt du denn dieses dieses bluten da also wir haben ein problem auf bot ich komme dir mal gegen ich will dem von hinten ein rein ich könnte wie das dann dann kommt doch mal hilf mir doch abingestand jetzt muss nur noch kaputt hacken aber grüßt die ja dann geht es gleich weiter vorsichtig sind da drin die sind da drin die sind da drin die sind da drin irgendwo die waren hier gerade irgendwo da da ist amu ach komm leck mich doch lutsch mir doch mein schwanz nun ohne scheiß tippus mach was jawohl in die wand geflasht ich hab leider die wand geflasht ja aber ich bin so hohl so voll wie hier tausend typen rumflacken mal wieder äh dann kriegst du den nur so als kleine zwischenquestion vielleicht komm jetzt nämlich von oben ja dann hackst du ihn halt kaputt mir doch wurscht dragon wer ja wirklich ich helfe dir bleib da bleib da bleib doch da dreh um aber lass den mir sagst du tja 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 okay Jetzt mit 60, Alter mit 60, was ist da los, es geht, es geht, nach 35 Minuten, jetzt ist es wieder 40, haha, ja voll genial, komm da her, jetzt werde ich übermütig, komm her, Halalalalalala, halalalalalala, der bräuchte zu, als Lachen oder so bräuchte so ein Heulen, so, au, ja im Arsch, Oh Gott, also das war's mal mit unserem, äh, die Fenton, 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 ja, ich lauf ja schon, Schneller, halalalalalala, ganz schnell, jetzt muss ich auch nur einkaufen, 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 lauf, hast du Glück gehabt, der Pfeil ist doch durch dich durchgesaust, Gegeben, ey, alter, hast du ja mal richtig dick, hat Dusel gehabt, Oh, oh, jetzt könnte es unter Umständen kritisch werden, Hoi, wir haben verkackt, sagst du, ja, ist ja nicht geil, Oh, schnitt, der Varus, komm doch rein da, Alter, der ist halt Level 9, dieser fucking Spacken ist Level 9, Nein, ja, im, im, alter, im Detlef, Hau die weg, Also, die Hälfte von denen ist mindestens mir dev, Hast du da denn, Ass, oder, oh ne, Leben schon wieder zwei, Jawohl, ach komm, leck mich doch, das, Sind's auch, sind's auch, sind's auch, los, Scheiß rum, Ja, wir haben noch keine Runde aufgenommen, wo wir gewonnen haben, fällt mir mal drauf, Ja, weil das auch erst die zweite ist, die wir aufnehmen, du Spaßvogel, Ja, der sein kann, dass wir von Anfang an gleich mal positiv sind, Komm, Knutsch da meine übergroßen Eier, ey, leck mich doch am Arsch, Ich hab jetzt hier immerhin 40 FPS, Schon mal mehr als vorhin, Ich hab immer noch durch den 60, Ich habe immer noch durch den 60, Oh, halt mal auf Mittelhoch, Ja, das ist heftig, das ist voll heftig, wie lang YouTube braucht, um so 60 FPS Videos zum verarbeiten, Ja, das ist, stimmt wohl, Ha, gegeben, So, Jetzt, Geh dir die Post ab, Wie, jetzt ist das dritte, Nein, nee, Jetzt, Oh, ich bin schon wieder tot, Ich sag's dir jetzt, Hau den weg, Hau den weg, Hau den weg, Hau den weg, Nicht auf weit drücken, Ja, Also Leute, Haben wir schon wieder verkackt hier, Kann doch nicht wahr sein, Nächstes Mal gibt's nen Sieg, Ja, das mache ich, Das zeig ich jetzt gleich mal an der Stelle hier, Okay, Also, Ja, An dieser Stelle beende ich die Aufnahme, Liebe Leute, Hab mich sehr gefreut, dass ihr wieder zuschaut habt, Oder auch nicht, Ja, 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 Also, bis zum nächsten Mal dann, Haut raus, Servus, Wir zeig,